True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle. Den Gegnern wird öffentlich gedroht. Irgendwann würden sie auf den Marktplatz gestellt und erschossen. Anderen soll der Kopf abgeschlagen werden. Der Mann, der seine Reden immer wieder mal gern mit Sieg Heil beendet, heißt Axel Reitz. Ein Hetzer und ein Vordenker in der rechtsextremen Szene, ein Neonazi und Hitler-Fan. Seine Radikalisierung beginnt schon mit 13 Jahren im Kinderzimmer. Nach und nach steigt er in der rechten Szene auf zur Führungsfigur. Öffentlich zeigt er sich im langen schwarzen Ledermantel. Ähnlichkeiten mit dem Auftreten der nationalsozialistischen Schläger-Truppe SA sind beabsichtigt. Ein Dokumentarfilmer behauptet, dass Reitz in der Szene der Hitler von Köln genannt wird. Auch wenn das wahrscheinlich nicht stimmt, hat der Neonazi-Funktionär von nun an in der Öffentlichkeit einen plakativen Titel, den Reitz nun selbst öffentlichkeitswirksam benutzt. Er sagt, ich war der Hitler von Köln. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Heute mit einem besonderen Gast. Axel Reitz ist bei uns im Podcast-Studio. Ein Mann, der vielen Menschen Angst gemacht hat. Einer, der andere aufhetzte zu Hass und Gewalt. 2012 steht Axel Reitz zusammen mit 25 weiteren Angeklagten vor dem Landgericht in Koblenz. Ihm wird die Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Auszüge aus der Berichterstattung des Kölner Stadtanzeiger und des Spiegel über die große Razzia und die Festnahmen im März 2012 sowie vom Prozessauftakt im September des gleichen Jahres. Mit Razzien in Nordrhein-Westfalen und drei anderen Bundesländern ist die Polizei gegen die rechte Szene vorgegangen. Insgesamt seien 33 Wohnungen durchsucht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. 24 Haftbefehle wurden vollstreckt. Der Kölner Neonazi Axel Reitz soll einer der Festgenommenen sein. Der Schlag richte sich gegen eine rechtsextreme Gruppe. Im Visier der Fahnder waren auch Mitglieder der NPD. In NRW wurden Häuser in Düsseldorf, Köln, Bonn, Pulheim, Erftstadt sowie in Schleiden und Freudenberg durchsucht. Im Fokus der Ermittlungen steht das Aktionsbüro Mittelrhein. Das Aktionsbüro Mittelrhein strebte laut Anklage die Errichtung eines Staates nach nationalsozialistischem Vorbild an. Das Ziel war die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, so die Staatsanwaltschaft. Die Angeklagten sollen Gegner verprügelt, Beamte observiert und Autos angezündet haben. In Koblenz stehen 26 Rechtsextremisten vor Gericht, weil sie laut Anklage einen Neonazi-Staat errichten wollten. In dem Prozess muss die Justiz zeigen, wie durchsetzungsfähig sie in einem solch aufwendigen Verfahren ist. Der 29-jährige Axel Reitz ist ein bundesweit bekannter Aktivist in der Szene. Der in Pulheim lebende Hartz-IV-Empfänger, der sich einfach als hauptberuflicher politischer Funktionär bezeichnete und lange Zeit Hitler von Köln genannt wurde, sucht nun offenbar den Absprung aus dem Milieu. Er hat bei der Staatsanwaltschaft umfassend ausgesagt und damit ist er nicht allein. Nach offiziellen Angaben plauderten insgesamt fünf Neonazis ziemlich munter. Auf die Aussage dieser Männer stützt sich im Wesentlichen die Anklage. In den Verhandlungspausen, wenn sich die meisten der 25 Mitangeklagten über die Bänke hinweg angeregt unterhalten oder zuzwinkern, bleibt Reitz still auf seinem Platz sitzen. Es sieht so aus, als ob er auch jeden Blickkontakt mit den ehemaligen Weggefährten in Saal 128 des Landgerichts Koblenz meidet. Aus dem Publikum, als Reitz zu Prozessbeginn nur kurz seine Personalien bestätigen soll, sind leise Beschimpfungen zu hören. Dieser Prozess, der 2012 in Koblenz begann und sich dann über sieben Jahre hinzog, der war kein Ruhmesblatt für die deutsche Justiz. Vorwürfe gegen 26 Angeklagte, die über 50 Verteidiger mitgebracht hatten, sollten da gemeinsam verhandelt werden. Der Spiegel schrieb damals, im Saal des Landgerichts sei der Durchblick gefährdet. Und damit meinte er sicherlich nicht nur die Tatsache, dass es so viele Beteiligte gab. Einer der Angeklagten war der Kölner Neonazi Axel Reitz. Er ist heute unser Gast hier im Podcast-Studio des Kölner Stadtanzeiger. Er hat sein Leben in dem Buch »Ich war der Hitler« von Köln aufgeschrieben. Reitz ist aus der Szene ausgestiegen und hat sich dafür entschieden, ein Mann der Öffentlichkeit, also eine öffentliche Person, zu bleiben. YouTube-Videos und Interviews gibt es in großer Zahl. Früher war er da als Neonazi-Funktionär zu hören und zu sehen, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache. Heute macht er das als Ex-Neonazi. Herr Reitz, wie glaubhaft ist das? Ich bin ja zum Glück nicht nur der Ex-Neonazi. Das wäre ein bisschen arm, wenn ich also, nachdem ich jetzt seit 2012 aus dieser Szene raus bin und mich aktiv gegen sie engagiere, nur der Ex-Nazi wäre. Ich bin jetzt der Mensch, Axel Reitz. Und als Mensch habe ich auch erkennen können, dass der Mensch vielfältiger ist als seine Fehler, als seine Missetaten, als eine Ideologie, die er am Kopf hat. Das habe ich mir damals als Neonazi nie eingestanden. Für mich war der Neonazi identisch mit dem Mensch und ich war nur ein guter Mensch, wenn ich ein guter Aktivist für meine Sache war. Ich habe aber dann erkennen können und auch erkennen müssen zum Glück, dass es tatsächlich noch mehr gibt, dass weit darüber hinaus geht. Und ich glaube an den Rechtsstaat, ich glaube an die Resozialisierung, ich glaube daran, dass Menschen sich sehr schnell verirren können und Menschen auch sehr schnell Fehler begehen können. Aber dass es gerade die Stärke ist unserer Demokratie und unserer liberalen Gesellschaft, die von autoritären Staaten und Diktaturen sich unterscheidet, dass Menschen eben nicht für alle Ewigkeit abgestempelt und bestraft werden für die Fehler, die sie gemacht haben. Ich habe mich für meine Fehler entschuldigt. Die Entschuldigung kann man annehmen. Man kann aber auch sagen, nee, interessiert mich nicht. Das ist beides legitim. Da habe ich kein Recht und keinen Anspruch drauf. Aber ich kann heute sagen, ich bin ein neuer Mensch. Seit 2012 engagiere ich mich auch in der Aufklärung meiner eigenen Vergangenheit. Das habe ich lange Zeit für mich gemacht mit Hilfe, die ich zum Glück bekommen habe, wofür ich auch sehr dankbar bin. Aber ich mache es mittlerweile auch öffentlich in der Hoffnung, das andere aus meinen Fehlern lernen. Ich übernehme Verantwortung für meine Missetaten. Und das ist alles andere als schön, sich vor Menschen hinstellen zu müssen und zu sagen, ich war ein Großteil meines Lebens ein absoluter Psychopath. Ich war ein Extremist. Ich habe Hass gepredigt. Ich war ein verbaler Totschläger. Ich habe mir selber, meiner Familie, der Gesellschaft und unzähligen anderen großen Schaden zugefügt. Das ist kein Ruhmesblatt. Und das müsste ich ja auch nicht machen. Ich könnte ja genauso gut sagen, ich schlage das Kapitel einfach zu. Mir wurde angeboten, damals einen Identitätswechsel durchzuführen. Dann wäre ich jetzt eben irgendwann der Hans Müller oder der Friedrich Paul, der in Bayern lebt. Und wenn man darauf angesprochen wird, was hast du früher gemacht, hätte ich mir eine Legende aus den Fingern saugen können. Das wollte ich aber nicht, weil ich eben Verantwortung übernehmen wollte. Und wie die Menschen damit umgehen, habe ich keinen Anspruch darauf, möchte ich auch gar nicht, kann jeder machen. Kritik ist auch immer gut und auch wichtig, wie ich finde. Es wäre falsch, wenn wir jetzt alle applaudieren würden und kritiklos annehmen, was ich zu sagen habe. Aber ich verwehre mich natürlich dagegen, wenn Menschen auftreten und sagen, dem kann man ja aus Prinzip nicht glauben. Wer einmal so einen Mist gebaut hat wie der, den können wir für alle Zeit abschreiben. Denn wenn wir das mal auf die Gesamtgesellschaft übertragen, ich bin kein Christ und möchte jetzt auch nicht großartig hier pastoral rüberkommen. Aber es gibt das schöne Bibelsprichwort, derjenige, der ohne Fehler ist, werft den ersten Stein. Und da sollte jeder mal auf sich selber auch schauen, bevor er andere zu hart kritisiert. Ich kann damit umgehen, aber ich weiß auch, es gibt viele Ausstiegswillige, die natürlich unglaubliche Hürden haben und sich nicht vorstellen können, wieder Teil der Gesellschaft zu werden. Wenn die Gesellschaft selber oder Teil der Gesellschaft dieses Bild, was von Extremisten auch bewusst gezeichnet wird, um diese Hürden hochzuhalten, damit Leute eben nicht aussteigen, damit Menschen nicht zurückkehren in die Gesellschaft, in den Schoß der Demokratie, dann macht man es den Extremisten ja sehr, sehr einfach. Die brauchen nicht darauf verweisen und sagen, guck mal, die wollen dich sowieso nicht, bleibt auch bei uns, ist doch hier viel besser und hier hast du eine Chance zumindest. Nochmal nachgefragt, also es gibt Interviews, zum Beispiel das beim Kölner Stadtanzeiger in der Zeitung, da kommen sie als knallbunter Vogel und lassen sich so fotografieren und dann denkt man, der Reiz hat immer schon gerne im Mittelpunkt gestanden und er liebt die Öffentlichkeit, ist ein eitler Mensch vielleicht. Das ist damals auch so gewesen, so wie heute, also Sie haben sich entschieden dafür, ein Mann der Öffentlichkeit zu bleiben, weil es auch Spaß macht? Natürlich macht es mir auch Spaß, keine Frage. Damals unter anderen Aspekten, ich habe gern damals provoziert, ich wollte aufrütteln, ich wollte empören. In NSA-Uniform. Auch in NSA-Uniform, ja, auch in NSA-Uniform. Das war ja mein Credo damals, gegen dieses NS-Verbot anzukämpfen und zu sagen, hier, wir sind politische Soldaten, wir sorgen dafür, dass die Menschen auch wieder den Nationalsozialismus als Alternative auf dem Schirm haben. Völlig crazy schwach sind, aber diese Rolle hat mir sehr gefallen. Das war auch sehr, sehr egozentrisch, was ich da gemacht habe. Das diente auch zu allem der Bespaßung meiner eigenen Persönlichkeit, dass ich da eine Rolle gefunden hatte, die ich vorher gesucht hatte. Diese Rebellion gegen das Elternhaus, gegen die Enge der Erziehung, gegen die Schule, das war dann für mich die Rolle, die von der Szene auch beflügelt wurde, dass ich mich plötzlich als Revoluzzer sehen könnte, als Empörer, als jemand, der gegen das vermeintliche Unrecht ankämpft. Heute weiß ich natürlich auch, im Showbusiness und in der Unterhaltungsindustrie sind die Menschen sehr verwöhnt, mit knallbunten Slogans, mit einfachen Darstellungen. Und wenn man ein schwieriges Thema bemüht, so wie Extremismus und Aufklärung und die Erhöhung der Resilienz bei Jugendlichen, dann muss man für die auch greifbar sein. Ich könnte mich also auch genauso gut in einem maßgeschneiderten, grauen Brioni-Anzug hinsetzen und schöne akademische Vorträge halten. Dazu wäre ich durchaus in der Lage, aufgrund meines Erfahrungsschatzes. Aber das würden sich dann die Leute anhören, die ohnehin schon Bescheid wissen. Und der einfache TikTok-User oder Twitter-Konsument würde sagen, oh, langweilig, schalte ab. In dem Augenblick, wo jemand aber auftritt mit einer knallbunten Krawatte und einem extrovertierten Äußeren, dann kann man auch viel besser die Botschaft transportieren. Also das Auffallen ist für mich auch immer ein Mittel zum Zweck, weil privat bin ich ganz anders. Aber dann stellt sich auch wieder die Frage nach der Glaubwürdigkeit, denn wenn man nur in Anführungsstrichen eine Rolle spielt, ist es vielleicht doch nicht echt. Es ist ja keine Rolle, ich bin ja authentisch dabei. Man muss ja unterscheiden, der Mittel zum Zweck. Ich würde nie irgendetwas erzählen, woran ich nicht glaube. Und das sieht man auch, dass ich auch dann teilweise von sehr links stehenden Usern und Zuschauern kritisiert werde, weil ich zum Beispiel sage, ich lehne für mich persönlich das Gendern ab. Das ist nichts, was ich mache. Ich trete auch dafür ein, dass Clan-Kriminalität entschieden bekämpft wird, natürlich ohne eine Gesamtschuld jetzt allen Menschen Migrationshintergrund aufzuoktuieren. Und das führt sehr schnell dazu, dass man schon sagen kann, oh wie, der ist ja nicht komplett eine 180-Grad-Drehung hingelegt, der steht jetzt nicht ganz weit links, sondern in der Mitte. Der vertritt da auch Oschreck-Ograus konservative Position. Wie kann das sein? Würde ich eine Rolle spielen, würde ich mir all das verkneifen? Wir haben früher gesagt, Sie sind von Beruf, Berufsrevoluzzer und Vollzeitdemonstrant. Was sagen Sie heute auf die Frage, was Sie von Beruf sind? Ich bin Projektmanager an der Anwaltskanzlei und nebenher halt ehrenamtlich tätig mit Vorträgen, Consultings und Deradikalisierungsprogramm. Ich bin zertifizierter Antigewalttrainer, bilde mich konsequent weiter und ja, mal gucken, was da rumkommt. Also Sie arbeiten in einer Rechtsanwaltskanzlei. Da sind wir direkt drin in der Biografie. Sie haben einen Hauptschulabschluss, weil Sie von der Realschule nach der Neuen abgegangen sind und dann keine Ausbildung gemacht. Wie kommt man dann an einen Job in der Rechtsanwaltskanzlei? Durch Vitamin B tatsächlich. Also ich war darauf angewiesen, dass Menschen mir auch was zugetraut haben. In Deutschland ist es ja leider so, anders als in anderen Ländern, dass die Zertifikate das absolute Must-Have sind, um überhaupt in einen Job reinzukommen. Aber ich habe halt zum Glück, seitdem mein Prozess, auf dem wir gleich auch zu sprechen kommen, geendet ist, immer wieder Menschen getroffen, die sagten, pass auf, du kannst was, dir geben wir die Chance. Und da verdiene ich natürlich auch weniger als jemand mit Ausbildung. Das gehört dazu. Aber da möchte ich gar nicht drüber meckern, sondern ich bin froh, dass mir die Chance gegeben wird, dass ich mich da auf dem Arbeitsmarkt beweisen kann. Das mache ich jetzt eben dann auch, seit der Prozess zu Ende ist, seit sechs Jahren, fast sieben Jahren. Und das ist eine schöne Sache. Da möchte ich jetzt auch gar nichts Negatives sagen. Und wie man da rankommt? Tatsächlich dann durch Vertrauen der Menschen in Wandlung und Vertrauen der Menschen in meine Fähigkeiten. Wovon haben Sie als Neonazi-Funktionär gelebt damals? Also anfangs von der Hand in den Mund. Da habe ich alles gemacht, vom Supermarkt-Kommissionierer, Kistenschleppen und Getränkemarkt, Zeitungen verteilt. Da habe ich alles gemacht, was einen schnellen Markt gebracht hat, weil eine Ausbildung, einen Job wollte ich gar nicht. Das war für mich bourgeois, das war das System. Und im Falschen kann es nichts Richtiges geben. Deswegen wollte ich erst mal das System zerstören, damit ich Anspruch auf ein persönliches Glück und einen persönlichen guten Job habe. Völlig crazy. Da sieht man schon, in wie jungen Jahren ich da also schon falsch getickt habe. Aber das war für mich damals ja auch so eine Zementierung meines Märtyrer-Statuses, meines Selbstbildes als Revoluzzer. Das habe ich einige Jahre tun können. Nachdem ich dann aber 2008 aus der Haft entlassen wurde, meiner Strafhaft, war ich bekannt als der Hitler von Köln und war da dann auch schon 25. Hat Sie keiner mehr Kisten schleppen lassen? Hat mich keiner mehr Kisten schleppen lassen, was ich auch durchaus verstehen kann, weil wenn da mal gefragt werden würde, weißt du, wer da arbeitet? Da hat kein Chef Bock drauf und ist auch ein Unterschied, ob man als 18-, 19-, 20-Jähriger Kisten schleppt oder als 25-Jähriger sich bewirbt und gefragt wird, Junge, was hast du jetzt eigentlich seitdem aus der Schule raus bist gemacht? Und ich hätte nur sagen können, ja, demonstriert, hätte es reden gehalten und den Staat bekämpft. Ist nicht so die beste Vita gewesen. Und da war ich dann tatsächlich von 2008 an gezwungen, Hartz IV zu beziehen. Habe das aber auch dann sehr offensiv kundgetan. Und sagte, oh, guck mal, wie blöd der Staat ist. Ja, der finanziert mich noch als seinen Todfeind. Seht ihr mal, was hier falsch läuft in diesem System? Also das war so pervers, dass das System mich am Leben gehalten hat und ich es dafür noch verachtet und durch den Kakao gezogen habe. Also Sie haben Geld vom verhassten System genommen. Ja, das war kein Problem. Beschreiben Sie mal diesen Feind, also dieses verhasste System. Wie haben Sie den Staat und die Gesellschaft gesehen? Was war das für Sie damals? Also die Gesellschaft selber, da gibt es heute den Begriff, der auch bei Querdenker und AfD sehr beliebt ist. Das waren Schlafschafe für mich. Das waren Leute, die, es gibt diese oft bemühte Analogie zum Film Matrix, die in einer Matrix gefangen sind und nicht erkennen, welche schlimme und groteske Realität sich um sie herum abspielt, weil sie einfach glücklich in diesem Sklavensystem, in diesen falschen Bildern sein wollen. Dahinter standen dann die großen Feindbilder Kapitalismus, Demokratie, Liberalismus, der meiner Ansicht nach dazu gedacht war, so dachte ich als Neonazi, die Menschen zu atomisieren, sie zu trennen von den natürlichen Gefühlen und Gedanken und eben dann zu glücklichen Sklaven zu erziehen. Das war für mich das Feindbild. Und dahinter stand, das war für Nazis unabdingbar, egal worum es jetzt ging, stand immer dann das böse Judentum. Also der Jude war der absolute Hauptfeind. Das war die große Verschwörungstheorie. Und das war dann immer tatsächlich dann auch sehr leicht, dann überall eine Querverbindung zu suchen, um dieses Bild zu bestätigen. Es hat dann gereicht, dass irgendjemand einen jüdisch klingenden Nachnamen hatte. Und dann hieß es schon, aha, schaut mal, das ist der Beleg, das ist alles jüdisch kontrolliert und die haben nur Böses im Sinn. Sehr, sehr verworren, sehr, sehr einfach auch, muss man sagen. Aber aufgrund der Einfachheit hat es auch sehr gut funktioniert, dass man keine komplexen Themen behandeln musste, sondern wirklich eine Erklärung hatte, die jeder Depp verstanden hat und in die man auch so einfach alles aufgrund von reinen Oberflächlichkeiten und auch Fantasieargumenten hineinstecken konnte. Sie haben von einer Revolution gesprochen, die Sie anstreben wollten. Wie haben Sie sich das praktisch vorgestellt? Wie sollte denn diese Revolution vonstatten gehen? Wir haben vom massenpsychologischen Umkehrprozess geträumt. Das ist ein Begriff, den Michael Kühnen entwickelt hat. Das war der Begründer des Neonazismus in Deutschland in den 70er Jahren. Mein großes Vorbild. Ich war halt auch eng vernetzt mit seinen ehemaligen engsten Mitstreitern, Thomas Brehl, Christian Worch. Christian Worch heute noch aktiver Neonazi. Und da war der Gedanke tatsächlich, dass irgendwann die Systemkrise kommt. Die muss kommen, weil der Kapitalismus sich an den Lebensgrundlagen der Menschen versündigt, weil so viele Probleme herrschen, die nicht in den Griff zu bekommen sind mit diesem falschen System. Deswegen wird irgendwann der Kipppunkt kommen und alles geht den Bach runter. Und wenn das soweit ist, werden die Leute natürlich aufwachen und erkennen, oh mein Gott, was ist hier falsch gelaufen und oha, jetzt stehen hier plötzlich 100 Gruppen, die uns das neue Deutschland, das neue Europa, das neue Heil versprechen. Wer wird dann am glaubwürdigsten sein? Und wir haben uns ausgemalt, dass wir als die entschiedensten, radikalsten, fanatischsten Gegner, die schon in der Zeit, als alles noch gut lief, auffällig geworden sind und gesagt haben, wir wollen nicht Teil von eurem System sein. Wir wollen nicht ein Stück vom Kuchen, der schmeckt für uns zum Kotzen. Wir wollen ein neues System. Dass sie sich dann an uns erinnern und zu uns kommen. Und dann quasi über Nacht Umschwung, Fingerschnipp, Massenbewegung und dann bauen wir es auf, das neue Deutschland. Wie das konkret ausgesehen hat, konnte keiner sagen, selbst wenn es da Pläne gegeben hat. Es gab dann so Leute wie Horst Mahler, auch übler Holocaustleugner, auch heute noch fanatisch überzeugter Neonazi, ehemaliger RAF-Mitbegründer. Der hat dann Pläne ausgearbeitet, wie das neue deutsche Reich aussehen sollte. Aber ich habe es immer für lächerlich gehalten, weil ich auch immer sagte, wir wissen ja gar nicht, wie die Situation sich darstellt, wenn es soweit ist. Deswegen brauchen wir jetzt keinen konkreten Plan, sondern müssen erst einmal dafür sorgen, dass wir auffällig sind, dass wir gesehen werden und dass wir wahrgenommen werden als Systemalternative. Das war so mein Plan. Und das hat es mir natürlich auch sehr einfach gemacht, dass ich nicht erklären musste, naja, wie willst du denn dann dein Deutschland führen? Oder wie soll das aussehen? Oder an welchen Stellen willst du wen sitzen? Ich habe dann immer gesagt, ist nicht meine Aufgabe, das kommt. Und wenn die Massen kommen, da sind auch Fachleute dabei, dann wachen die Menschen auf und dann wird das irgendwie schon gehen. Wer ist denn das Wir? Also ich frage mal, weil es ja diese Bilder gibt, diese bewegten Bilder, wo der junge Axel Reitz in Säle hineinbrüllt, kann man fast sagen. Die reden dann mit Sieg Heil. Und man sieht ja ein Publikum, ich will da jetzt nicht zu abschätzig drüber reden, aber das sind Skins, das sind einfache Leute, die mit einfacher emotionaler Ansprache zu begeistern sind. Und sie haben denen zugerufen, ihr seid die Elite des neuen Deutschlands. Und haben Sie das wirklich geglaubt damals? Ja, für mich war die Elite nicht gekoppelt an besonderen Fähigkeiten oder einem besonders hohen IQ. Es gab da auch nicht nur Dummköpfe, muss man dazu sagen. Es gab auch durchaus auch Menschen wie mich, die was in der Birne hatten, aber die sich trotzdem radikalisiert haben. Das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und Bildung ist leider nicht immer eine Hürde, die verhindert, dass Menschen in Radikalisierungsfallen tappen. Aber der Großteil, da stimme ich Ihrer Einschätzung schon zu, das waren einfache Menschen. Das waren Menschen, die Probleme hatten, die sekundär radikalisiert waren, die schon gemerkt haben, okay, da läuft was falsch bei mir und in der Gesellschaft, hatten keine Antwort darauf und waren dann glücklich, dass jemand wie ich kam, der erstmal ihren Hass aufgenommen hat, der ihm vermeintlich ein logisches Korsett gegeben hat und ihm damit erklären konnte, ey, du bist nicht falsch, die anderen sind falsch. Du bist nicht das Problem, das System ist das Problem. Und ja, das Wir war die nationale Bewegung. Und die nationale Bewegung war für mich ja dadurch schon Elite, dass sie jetzt diesen Kampf führte, als noch die Welt in Ordnung war, als eben noch nicht abzusehen war, dass die Systemkrise kommt. Und das war dann für mich analog auch zum Gedanken der SA. Das waren ja damals auch viele Raufbolde, das waren ja auchsterbar angeworfene Menschen, die nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr in der Demokratie ankommen konnten und die dann gedacht haben, ja, weil wir jetzt eben hier demonstrieren und politische Gegner zusammenschlagen, sind wir jetzt hier die braune Elite, wir sind die politischen Soldaten, wir haben den Führer zum Sieg verholfen und so wollten wir auch sein. Es gibt ein Interview, was sie geben oder was sie gegeben haben, da sieht man auf dem Schreibtisch ein Bild von Adolf Hitler, an der Wand hängt ein Bild von Goebbels und von Ernst Röhm. Da fragt man sich, wie können solche Köpfe aus der Vergangenheit zu Idolen für was Neuem werden? Das sind Menschen, Führer gewesen, die für Massenmord, Weltkrieg, für Diktatur und Unrecht standen und sie hatten die an der Wand hängen und auf dem Schreibtisch stehen. War das Provokation, war das eine Fassade, haben sie die Bilder weggeräumt, wenn die Kamera wieder raus war oder wie kann es sein, dass diese Figuren, diese historischen Figuren zu Idolen für was Neuem werden? Ich habe ja daran geglaubt. Also es wäre schön, wenn ich jetzt sagen könnte, ja, ich habe da rein provoziert, das war eine billige Masche. Ich habe ja daran geglaubt. Also die Bilder hingen da, weil diese Menschen für mich Idole waren, weil ich daran geglaubt habe, dass sie für etwas Gutes standen. Also die Verbrechen, die damit verbunden waren, hat man weggeblendet oder hat man die bezweifelt oder gehörten die mit dazu? Entweder geleugnet oder gerechtfertigt, dass man gesagt hat, naja, im Krieg, da werden keine Bonbons geschmissen und dann kam der typische Worte-Bautism. Was haben die Amerikaner gemacht und was haben die anderen gemacht, was haben die Sowjets gemacht? Das Thema der Schuld war etwas, was man auch nie an sich herangelassen hat, weil man immer den Ausweg gefunden hat in dem Pseudo-Argument. Naja, es darf ja nicht offen darüber diskutiert werden, wenn das alles so wäre, wie behauptet wird. Dann könnte man ja auch eine offene Diskussion darüber führen, da wir dafür bestraft werden, dass wir ein anderes Geschichtsbild vertreten, da für Leute als Revisionisten eingesperrt werden, ist das ja der Beweis schlechthin, dass das alles nicht stimmen kann, was da erzählt wird. Und dann betreibt man ganz klar Cherrypicking. Dann hört man das, was man hören will, von Leuten, die genau das verbreiten und alles andere blendet man aus. Oder hat dann eben die Verschwörungstheorie, der Historiker, der Pressevertreter, der hier recherchiert hat, der ist Teil der gegnerischen Bewegung, der weiß es entweder nicht besser, weil er ein Schlafschiff ist, weil er nicht alle Informationen kennt, weil er nicht umfassend informiert ist, so wie wir, wir wissen ja alles. Oder aber, indem er einfach sagt, ja, der lügt bewusst, der will uns eben in Misskredit bringen, die haben Angst davor, dass eben die Idee, die für die Welt das Paradies auf Erden verheißt, verhindert wird. Und dazu müssen sie natürlich den ersten Versuch auf deutschem Boden schlecht machen, anstatt die vermeintliche historische Wahrheit kundzutun. Und das war auch sehr simpel, aber es war ein bequemer Ausweg. Man musste das ja dann nicht mehr verteidigen. Man konnte einfach sagen, kann ich nicht drüber diskutieren, ich werde dafür bestraft, lass mich damit in Ruhe und Ende aus, Micky Maus. Zu sagen, im Weltkrieg sind nicht nur Bonbons geworfen worden, ist eine ziemlich üble Verharmlosung, finde ich. Erst recht, wenn man bedenkt, dass Terror und Verfolgung ja lange vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs begonnen haben. Haben Sie auch das völlig ausgeblendet? Nee, das war dasselbe, was wir gemacht haben, wenn wir auf unsere Gewalt angesprochen wurden. Das war natürlich immer nur dann die Abwehrreaktion gegen die anderen, die viel schlimmer sind. Das erzählt aber heute jeder Extremist. Aber die NSDAP hat geherrscht. Ja, natürlich, logisch. Natürlich, aber das war immer dann, wo gehobelt wird, fallen eben Späne. Und es musste erst mal durchgegriffen werden, damit alles funktioniert und damit alles gut läuft. Und damit hat man kein Problem gehabt. Das war sehr paradox. Also mein Einstieg in diese Szene führte mich dahin, weil ich den Drang hatte nach individueller Freiheit, dass ich gehört werden wollte, dass ich etwas sagen durfte, ohne runtergebuttert oder mundtot gemacht zu werden. Und habe mich dann sehr schnell in einen Menschen verwandelt, der genauso und noch viel schlimmer handeln wollte, indem man nämlich allen vorschreibt, wie sie zu denken, wie sie zu leben, wie sie zu handeln haben und jeden Widerstand dagegen radikal brechen wollte. Also vom Saulus zum Paulus könnte man sagen, aber das habe ich selber nicht gemerkt, weil das ist halt dann die typische Egozentrik. Ich sage halt, meine Freiheit, ich darf nicht die NS-Propaganda verbreiten, ich darf nicht über den Holocaust sprechen, ich darf nicht die Verbrechen des Nationalsozialismus in Abrede stellen, meine Freiheit ist nicht gegeben und deswegen ist das System als solches falsch und unfrei und rechtfertigt dann auch meine Unfreiheit, die ich allen Menschen bringen will. Völlig krank, aber als Extremist sage ich das nicht so. Und das ist ja das Paradoxe, was Menschen selten verstehen, die mit diesen Szenen keine Berührung haben. Man hört sich das natürlich an und denkt sich, Alter, Falter, was ist mit dem schiefgelaufen, war der irre. Ja, aber als Extremist selber sieht man das genau umgekehrt. Man denkt, man ist der einzig Vernünftige und alle anderen sind irre geworden. Wir reden gleich weiter mit Axel Reitz. Vorher gibt es eine Information für alle, die True-Crime-Fälle auch gerne lesen. Wie die ruchlosen Brüder Heidger und ihre Spießgesellen eine Blutspur durch halb Deutschland zogen. Das ist der lange Titel, den der Autor Anselm Weyer seiner wahren Geschichte aus der Zeit der Weimarer Republik gegeben hat. Die Aktenlage hat es möglich gemacht, aus den Recherchen ein ganzes Buch zu machen. Zwei Brüder und ihre Komplizen versetzen mit Überfällen, Schießereien, Mord und Totschlag halb Deutschland in Angst und Schrecken, bevor es in Köln mit einer Verfolgungsjagd zum Showdown kommt. Die Brüder fliehen vor der Polizei, indem sie eine Straßenbahn kapern. Das alles klingt eher nach Hollywood als nach einer wahren Gangster-Geschichte und doch ist das genauso geschehen in Deutschland in den Jahren 1927-28. Ein Muss für historisch interessierte True-Crime-Fans sagt nicht nur der Greven Verlag, bei dem das Buch erschienen ist. Wie die ruchlosen Brüder Heidger und ihre Spießgesellen eine Blutspur durch halb Deutschland zogen. Das Buch gibt es versandkostenfrei über www.greven-verlag.de oder in ihrer Lieblingsbuchhandlung. Werbung Ende Wir reden bei True-Crime Köln mit dem ehemaligen Neonazi Axel Reitz über Dinge, die ihren Anfang vor 27 Jahren nahmen. Damals waren sie 13 und sie leben da ja nicht irgendwo abgeschottet in der Fremde. Sie haben ein Elternhaus, sie gehen zur Schule, da gibt es Klassenkameraden, Freunde um sie herum und trotzdem findet diese Radikalisierung statt. Gab es da niemanden, der zu ihnen mal gesagt hat, hallo Axel, du bist auf dem falschen Weg? Es gab ein Umfeld, das wahrscheinlich doch auf sie eingewirkt hat und das bestand ja nicht aus Neonazis. Das gab es, aber da kommt natürlich auch wieder, was ich eingangs erwähnte, zum Tragen. Ein Extremist ist ja nicht nur Extremist und meinen Schulkumpels lief ich ja nicht rum und hab versucht, die politisch zu missionieren. Die sagten mir, Politik, kein Bock drauf und was du da erzählst, interessiert mich nicht. Da war das Thema durch und man hat dann wieder Super Nintendo gezockt oder gemeinsam Cartoons geguckt oder irgendein Kartenspiel gespielt. Das spielte dann keine Rolle und die Leute, die auf mich eingewirkt haben, das waren ja auch dann welche, die sich mit der Materie gar nicht befasst haben. Ich hab ja Bücher verschlungen, Propagandamaterial verschlungen und war dann auch entsprechend für mit meinen Pseudo-Argumenten, die ein normaler 13-Jähriger zum Glück überhaupt gar keinen Kontakt zu hat und dann auch gar nicht wusste, wie er darauf reagieren soll. Also mein persönliches Umfeld von Freunden fiel weg. Die waren aber auch tatsächlich so, dass die auch gar nicht da versucht haben, mir jetzt den Kopf zu waschen, weil für die hatte sich ja im ersten Moment nicht viel verändert. Ja, ich bin ja nicht rumgelaufen, sagte dann, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, ich fahre jetzt nur noch auf Demos, du musst jetzt die Keil rufen, damit du noch mein Freund sein darfst. So war ich ja nicht drauf. Ja, ich hab ja schon versucht, meine Sache dann auch dann denen zu vermitteln und wenn sie sagten, nö, hab ich keinen Bock drauf, war das für mich okay. Und von den Lehrern und von meinen Eltern hab ich ja das erlebt, was rückblickend sehr fatal war, dass eben nicht versucht wurde, sich mit mir hinzusetzen und zu sagen, so hey, wir reden jetzt mal drüber, wie meinst du das, warum meinst du das, sondern da war einfach nur, oh mein Gott, was machst du da, lass den Scheiß sein und du hörst jetzt auf, ansonsten wirst du bestraft. Und da sagte ich mir natürlich, weil ich ja in dieser Rebellenphase war, ja, ich wollte ja rebellieren, ich wollte mir Gehör verschaffen. Nö, jetzt erst Recht, also Gegenbewegung hat mein Weltbild noch gestärkt. Ja, das wurde ja auch so erklärt von meinen neuen Freunden bei der NPD in der rechtsextremen Szene, das hat Methode, die wollen dich nicht hören, die können dich nicht hören, weil die mit diesen Argumenten nicht umgehen können. Deswegen wirst du zensiert, deswegen wird dir der Mund verboten, deswegen können wir nicht, wie alle anderen, am demokratischen Prozess teilnehmen. Das ist keine echte Demokratie, sondern Scheindemokratie. Und das waren für mich dann immer die vermeintlichen Beweise. Wenn ich so etwas erlebt habe, was ich in diesem Sinne interpretieren konnte, war das für mich dieser Aha-Moment. Oh, guck mal, die haben recht. Jetzt erlebst du es wieder. Jetzt passiert wieder genau das, was hier in diesem Lande falsch läuft. Wenn Sie das so erzählen, klingt das so, als wenn man sie hätte bewahren können mit 13, 14, 15, wenn man anders mit ihnen umgegangen wäre. Das klingt dann so ein bisschen so, der Reiz ist dann doch ein Opfer irgendwie der Entwicklung. Ist das wirklich so? Ich weiß nicht, was passiert wäre und welchen Weg ich genommen hätte. Also was ich sagen kann, dass dieses Verhalten Brandbeschleuniger war, aber letztlich hat mir niemand eine Pistole an den Kopf gehalten und gesagt, du musst das jetzt machen. Das war meine eigene Entscheidung und es hat mir auch am Anfang gefallen. Sicherlich kann man jetzt wieder den Finger heben und auf viele zeigen und sagen, ja die und die und die und die. Aber letztlich war es meine Entscheidung, meine Verantwortung, zu der ich auch stehen muss. Also ich bin kein Opfer, ich bin Täter, aber ich bin auch ein Opfer meiner eigenen extremistischen Entwicklung. Weil auch ich war ein Opfer, auch ich habe mein Leben verbaut, auch ich habe mir schwer Schaden zugefügt, auch ich habe Zeit einfach verbrannt, mit Wahnsinn, mit Irrsinn, die mir keiner zurückgeben kann. Das wird mir jetzt schmerzlich bewusst. Meine Mutter ist vor zwei Jahren gestorben und da blickt man mal zurück und sagt so, okay, wie viele Jahre, wie viel Zeit, bist du lieber auf irgendeiner 50-Mann-Demo im Allgäu oder in Cottbus oder sonst irgendwo am Arsch der Welt rumgeturnt, ja, anstatt da auf den Geburtstag bei den Menschen zu sein, die immer für dich da waren, die dich als Mensch geliebt haben, die dich trotz deinem Mist, den du gebaut hast, nicht im Stich gelassen haben. Das sind so Gedanken, die kommen mir jetzt, weil ich dann merke mit 40 so, den Großteil deiner Jugend hast du einfach mit Blödsinn verbracht und hast auch dir selber damit geschadet. Blödsinn ist ja nicht unbedingt schlimm immer. Ich nehme mal an, Sie haben auf Ihre gleichaltrigen Schulfreunde oder Ex-Schulfreunde dann geguckt, die dann 13, 15, 17, 22 Partys gefeiert haben, die getrunken haben, die Leute kennengelernt haben, die lustige Sachen gemacht haben, die Liebe und Sexualität entdeckt haben und Sie haben das alles nicht erlebt? Also ich habe das auch. Oder gab es das dann hinter der Fassade? Das gab es auch. Also wir waren ja auch dann immer so als neue SA, wie wir uns gesehen haben, Radikale mit guter Laune. Also da gab es schon auch Spaß. Und Sex gab es auch. Es gab da auch Spaß, Sex gab es auch. Ja, also ich bin zum Glück keine Jungfrau mehr geblieben, dann mit 16, 17. Ja, aber es gibt Teile der Szene, die sehr missionierend unterwegs sind, die wirklich sektierische Strukturen entwickeln, die einem vorschreiben wollen, du darfst keine Jeans tragen, du darfst keine ausländische Musik hören, du darfst keinen Döner essen. Mir war das völlig egal und ich habe immer gesagt, naja, wir sind ja keine Lebensreformer, da können wir uns drum kümmern, wenn wir an der Macht sind. Aber das ist für mich jetzt kein Problem, dass Leute auch mal Spaß haben. Ja, es muss halt nur die Gewichtung stimmen. Also heute Spaß, aber morgen dann wieder Demo und Kampf um Deutschland. Das war für mich okay. Abgelehnt habe ich, wenn Leute nur ihren Spaß hatten und nicht den Weg beschritten sind, den ich beschritt, weil dann waren sie ja Teil des Systems, dann waren sie ja singend und tanzend am Rande des Abgrunds und meine Rechtfertigung war ja dieses Moral Licensing, nennt man das in der Psychologie, dass ich halt sagte, naja, du kämpfst ja, du opferst dich ja auf, dann darfst du auch mal Spaß haben. Es gibt einen temporären Spaß, den Sie, so erfährt man in dem Buch, radikal abgelehnt haben, den Karneval. Warum? Ich bin heute noch kein Karnevalist, ja, also tatsächlich ist für mich immer so ein bisschen so, dass im Karneval die Menschen ihr wahres Gesicht zeigen und nach dem Karneval die Masken wieder aufziehen, dass viel getrunken und viel fremd gegangen wird und einfach nicht mehr das karnevalistische Brauchtum im Vordergrund steht, sondern tatsächlich einfach nur noch Saufen, Party, öpp. Ich leide das keinem, wenn jemand da Bock drauf hat, sage ich heute auch von wegen, ah, salut, mach was du möchtest. Das steht aber nicht im Buch, was wir jetzt sagen. Im Buch steht, Karneval ist wie Kommunismus. Ja, alles säuft, keiner arbeitet und die größten Narren führen das große Regiment, ne, also das ist ein schöner Vergleich, wie ich finde. Aber tatsächlich, ähm, bin ich heute jemand, ich gehe lieber auf einen Christopher Street Day, das ist für mich dann auch Party und Spaß und da hat man dann auch eine politische Botschaft, die ich sehr wichtig finde, mit der man sich einsetzen sollte, ja, während Karneval ist für mich einfach tatsächlich Ultra-Hedonismus und, äh, das ist nicht meins. Aber wenn Leute Bock drauf haben, heute sage ich auch von wegen, kannst du machen. Nur für mich war es damals ja dann als Neonazi, auch als Sektierer, der ich war, als der ich mich nicht gesehen habe, immer auch ein Beleg dafür, ach, guck mal, wie hemmungslos und wie die hier saufen und, äh, stilos und, äh, das soll jetzt das Deutschland sein und das hat ja gar keine Würde. Besser waren die Rechtsrock-Konzerte meiner Kameraden auch nicht, besser war es auch nicht, was wir gemacht haben, aber es war natürlich immer sehr leicht, sich selber zu entschuldigen, indem man mit dem Finger auf andere gezeigt hat. Wenn wir in Ihrer Biografie ein bisschen weiter gehen, also von der Jugend weg, dann kommen wir zu dem, was Sie eben schon angedeutet haben, der ersten Haftstrafe. Das muss man vielleicht nochmal so ein bisschen erklären. Es gibt, ähm, vielleicht auch fürs Verständnis für die Frage, wie man heute mit Extremismus umgeht. Sie haben mehrfach vor Gericht gestanden, auch als Jugendlicher. Es gab Ermahnungen, es gab Sozialstunden, aber es gab eigentlich nichts, was richtig wehgetan hat und so war es für Sie, glaube ich, ein bisschen überraschend, als Sie dann auf einen Richter in Bochum trafen, 2005, der so gesagt hat, so jetzt, Reiz ist vorbei mit den Glacé-Handschuhen, jetzt kriegst du mal eine Haftstrafe. Sie hatten eine Demo, auf einer Demo gesprochen, gegen den Bau einer Synagoge in Bochum und offen antisemitisch dort gehetzt und dann sind Sie hart bestraft worden. Würden Sie im Rückblick sagen, dass man, ähm, vor dieser ersten Haftstrafe Sie etwas härter hätte anfassen müssen von Justiz und Polizei aus? Also, um die Frage direkt zu beantworten, ja, keine Frage, aber, ähm, es hat mich nicht überraschend getroffen, dass ich hart verurteilt wurde. Ich hatte selber damit gerechnet, das gehörte zum Selbstbild dazu, dass man sagte, wir als Systemgegner, wir als Nationalsozialisten gehen durch die Knäste dieses Systems, beweisen damit unsere Glaubwürdigkeit, unseren festen Glauben, das war was Pseudoreligiöses für mich, ja, das war so eine Feuertaufe und, ähm, ähm, letztlich die, die Urteile, die ich bekommen habe, also ich bin nicht nur zu Sozialstunden verurteilt worden, die haben doch schon so einigermaßen wehgetan, da gab es dann schon mal so 200 Sozialstunden, die ich dann, nachher im Altenheim dann in der Gärtnerei ableisten musste, wo ich dann wirklich echt geackert habe nach der Schule, um die abzuarbeiten, das war nichts, was ich toll fand, aber es hat mich halt bestärkt, ja, und, ähm, ich bin dann irgendwann auch dann zu einem Dauerarrest verurteilt worden, zu 14 Tagen, der mich beinahe mein Leben gekostet hätte, also ich bin auch Typ 1 Diabetiker, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, war zu dem Zeitpunkt ziemlich erkrankt, hatte vom Arzt einen Attest, der belegte, ich wäre haftunfähig und, äh, weil das halt eine Sache ist, die wahrscheinlich die Verantwortlichen von Jugendlichen, die keinen Bock haben, in den Knast zu gehen, ständig zu hören bekommen, haben die einfach gesagt, nö, wir nehmen dich mit, muss die Anstalt sich drum kümmern. Und da wäre ich beinahe gestorben, da habe ich meinen Vater noch anrufen dürfen, informieren, der hat von außen die Polizei gerufen, die mich dann da rausgeholt hat, dann lag ich erstmal zwei Wochen auf der Intensivstation, also das hat mir schon zu denken gegeben, aber nicht in dem Sinne, dass ich dann selbstreflektiert gesagt hätte, du bist ja verantwortlich, du bist ja schuld, du wolltest rumlaufen, gegen das NS-Verbot kämpfen, mit Hassbotschaften und mit Hakenkreuzaufklebern, hättest du das nicht gemacht, wäre es nicht in die Situation geraten, sondern für mich war das ja wieder die Erklärung, ach guck mal, das System, das lässt mich lieber umkommen, weil ich so eine Gefahr bin, als Verkünder der vermeintlichen Wahrheit und der vermeintlich besseren Politik. Das gehörte alles dazu und deswegen kann ich heute auch sagen, auch wenn ich früher härter bestraft worden wäre, hätte das vermutlich im ersten Moment nichts gebracht, sondern mich weiter bestärkt. Das ist dann tatsächlich so eine schlimme Dynamik, die da stattfindet, wenn man sich einmal so abgekapselt hat und einmal auch in seinem Weltbild diese Strafen in einen anderen Kontext stellt, als wie sie eigentlich gedacht sind, ist es sehr schwer, jemanden rauszuholen. Ich denke aber, wenn ich frühzeitig härter bestraft worden wäre, dass das vielleicht doch noch mir zumindest auf der Ebene hätte etwas vermitteln können, dass der Staat nicht wehrlos ist, nicht hilflos ist, dass es Konsequenzen hat, was ich mache und mich vielleicht auf ganz praktischer Ebene dazu gebracht hätte, mich selber zu hinterfragen, willst du diese Konsequenz in dieser Deutlichkeit tatsächlich spüren. Wir brauchen eine wehrhafte Demokratie, wir brauchen einen Rechtsstaat, der seine Feinde bekämpft, auch offensiv bekämpft. Es ist nicht immer das beste Mittel, einfach nur wegschließen, weil das ändert die Probleme nicht, aber es kann natürlich auch nicht sein, dass Leute einen Freifahrschein bekommen, wenn sie Hass propagieren und wenn sie gegen die Demokratie ankämpfen. Aber wichtiger ist es da tatsächlich von der Gesellschaft zu erkennen, dass eine Aktion wichtiger ist als eine Reaktion. Dass man vorher schon die Probleme erkennt, die wir alle haben, die wir seit der AfD spätestens in der Gesamtgesellschaft haben, wo auch dann die Corona-Pandemie ein Brandbeschleuniger war, mit Radikalisierung, die Menschen in der Mitte radikalisiert hat, von dem man nie davon ausgegangen wäre, dass sie einmal anfällig für diesen Wahnsinn wären, für den ich anfällig geworden bin. Da müssen wir erkennen, dass wir im Vorfeld schon möglichst die Warnsignale und die Grenzen hochziehen müssen, damit die Menschen verstehen, wie funktioniert Radikalisierung und wie kann man dann so weit abdriften, dass man weder durch Strafen noch durch Freunde oder Familie irgendwo erreichbar ist. Sie sind in Bochum zu zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Als Sie wieder rauskommen aus dem Gefängnis, machen Sie sofort weiter. Die harte Strafe hat also im Grunde gar nichts Positives bewirkt. Sie hat sie eher bestärkt, oder? Richtig, die Haft hätte, das sage ich subblickend, vielleicht was bewirken können, weil ich war schon zu dieser Zeit schon ein bisschen ausgebrannt. Also es ist schon keine Spaßveranstaltung im Extremismus, sondern man ist ja in einem Dauereinsatz. Man glaubt ja, man muss die Welt retten und man darf nicht schwach sein. Man muss ankämpfen gegen die vielzelligen Feinde. Und ich sage immer, die Szene ist halt auch nicht so, wie man sie sich vorstellt oder wie Propaganda es vermittelt. Alles eine starke, zusammenhaltende Gemeinschaft. Das ist so ein bisschen wie Game of Thrones auf Wish bestellt. Jeder gegen jeden. Und ich sage es immer, die Szene träumt davon, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Die Realität ist, kein Volk, kein Reich, aber tausend Führer. Ich habe auch schon erkannt gehabt zu diesem Zeitpunkt, naja, jetzt immer nur wirklich sich mit Nebenjobs über Wasser zu halten und keine Perspektive zu haben, angewiesen zu sein, dass ja einer mal einen Zwanziger zusteckt, damit du was zu essen kaufen kannst, ist jetzt nicht so ein prickelndes Leben. Zwar Revoluzzer, jäh, aber ist vielleicht doch besser, wenn man sich da irgendeine Perspektive schafft. Und ich habe gedacht, im offenen Verzug, der ist ja auch darauf ausgelegt, für Erstverbüßer, die nicht gewalttätig waren, so wie ich, ihnen dann eine Perspektive zu ermitteln, indem man dann eben Arbeit findet, Arbeit vermittelt bekommt, Ausbildung machen kann. habe dann die Aufnahmen in Attenhorn hinter mich gebracht und es hieß es, von wegen der Direktor möchte mit ihnen sprechen. Und ich dachte mir, ja gut, der macht dir jetzt eine Ansage, halt dir die Füße still, hier nicht rumhetzen, keine Propaganda verteilen, hast ja eh nicht vor, alles easy. Naja, und er öffnete mir dann, dass ich seiner Meinung nach für einen offenen Verzug nicht geeignet bin, weil ich ja meine Gesinnung nicht geändert hätte. Und das war für mich natürlich dann wieder der Beleg, ich werde hier anders behandelt als Kriminelle, weil ich ein politischer Gefangener bin, weil ich für meine Wahrheitsansprüche, für meine Propaganda verfolgt werde, die ja nur etwas Gutes in meinem Augen bewirken möchte. Ja, da habe ich ja fest dran geglaubt, weil bei aller Hass und aller Hetze, das war ja die Wahnvorstellung, die ich hatte und das hat mich natürlich dann bestätigt, dass ich sagte, okay, ich kriege hier eine Sonderbehandlung und ich werde hier anders behandelt als die anderen und das habe ich in den Kontext gestellt, weil ich eben kein normaler Häftling bin, weil es besonders wichtig ist, was ich da verkünde und jetzt will das System, jetzt will die Haft mich brechen und will es verhindern, dass ich das tun kann. Und deswegen bin ich nach der Haft dann rausgekommen auf zwei Drittel und nach 20 Monaten, 22 Monaten und habe genau da weitergemacht, wo ich aufgehört habe, weil ich mich dadurch massiv bestätigt habe. Es ist ein bisschen widersprüchlich, wenn Sie das so sagen, wenn Sie einerseits sagen, man hätte mich härter bestrafen müssen und jetzt beklagen, dass Sie nicht in den offenen Vollzug kommen. Als Jugendlicher, als Jugendlicher, also als Jugendlicher hätte man mich schon härter bestrafen müssen, da war ja noch dann tatsächlich so die Anfangsphase, wo meine Radikalisierung noch nicht abgeschlossen war. Als Radikalisierter, da war es ja vorbei, da hat die heitere Strafe mich nicht interessiert, sondern das war ja schon Teil meines Mindsets, das war ja Teil meiner Einstellung, dass ich sagte, das gehört dazu, das musst du aushalten und das ist ein Ehrenbeweis, da kannst du stolz auf dich sein. Das war tatsächlich dann schon der Schritt darüber hinaus, wo diese harte Bestrafung den gegenteiligen Effekt dann auch bewirkt hat. Sie haben eben schon so ein bisschen über das Thema Gewalt gesprochen. Sie selbst sind nie wegen irgendwelcher Gewaltdelikte angeklagt worden und wie es heißt, oder so schreiben Sie es auch in dem Buch, haben selbst immer eher dafür plädiert, die Gewalt zu lassen. War das eine echte Überzeugung oder eher eine taktische Frage? Sowohl als auch. Also mir war ja schon klar, wir stehen einer Welt von Feinden gegenüber, die können wir nicht alle erschlagen, die müssen wir überzeugen. Das war ja mein Wunsch und Wille. Ich wollte ja die offene Teilhabe als bekennender Nationalsozialist am Diskurs, weil ich der Überzeugung war, wenn die Menschen mitbekommen, was wir zu erzählen haben, schließen sie sich uns an, spätestens wenn hier irgendwann mal Not am Mann ist. Auf der anderen Seite war ich ja verbaler Totschläger. Wenn ich auf einer Demo eine Hetzrede gehalten habe, dann habe ich natürlich nicht meinen Kameraden gesagt, hey, love and peace und kommt gut miteinander aus, sondern wer sich uns entgegenstellt und wer meint uns, die Faust entgegenzurecken, dem brechen wir die Faust auf, dem werden wir zeigen, wir stehen hier und kein anderer. Das ist natürlich Gewalt, das ist natürlich ganz klare, verbale Aggression, die ich da auch dann rausgekotzt habe und wo ich auch Leute mit negativ beeinflusst habe. Also es ist schon immer auch dann so von Heuchelei geprägt, dieser Extremismus, dass man für sich selber etwas in Anspruch nimmt, was man in der Realität gar nicht macht, aber man hat ja immer eine Rechtfertigung. Man hat ja dann die Rechtfertigung, wenn man mich jetzt auf einer angesprochen hätte und sagte, okay, du willst ja keine Gewalt, du sagst ja, das ist nicht das, was du willst, aber deine Reden zielen doch auf diese Gewalt ab. Dann hätte ich gesagt, ja in diesem Kontext von Leuten, die zuerst Gewalt anwenden, die schmeißen mit Steinen auf uns und die greifen uns an, sollen wir da Pazifisten sein, dann wären wir über den Haufen gerannt. Ne, hier müssen wir uns ja durchsetzen, hier müssen wir Stärke zeigen, hier müssen wir dominant sein, weil es dem Zweck dient, danach dann den großen Frieden zu schaffen. Ich muss dazu sagen, ich bin auch mehrfach überfallen worden, zusammengeschlagen worden, wurde auch mitunter lebensgefährlich verletzt. Das macht ja auch was in der Binnenperspektive mit einem. Also man denkt ja dann auch nicht von wegen, okay, das sind die lieben anderen, die da stehen und wenn dir so einen Pflasterstein am Kopf vorbei saust und so, ach, geh da rüber und weg und lächel das weg. Man hat ja da auch Wut und Zorn und negative Gefühle in sich, die man dann in einem Kontext entlädt, indem man sagt, ja, die müssen wir jetzt aber auch mal fertig machen, sonst machen die uns fertig und uns geht es ja hier darum, dass wir hier das Paradies auf Erden schöpfen mit unserem Vierten Reich und die wollen halt die Hölle auf Erden mit ihrem Kommunismus und mit ihrem kosmopolitischen, demokratischen System. Aber Ihnen ist schon klar, dass es Menschen gibt, die zu Opfern von rechter Gewalt geworden sind, weil sie eine Rede auf irgendeiner Kundgebung gehalten haben und Leute angestiftet haben. Natürlich, logisch, das ist mir vollkommen klar, dass ich halt jemand war, der ins lodernde Feuer, was sich ausbreitet, Benzin gegossen hat und das auch wollte. Und ich kann nicht müde werden, mich dafür zu entschuldigen und zu sagen, ja, das ist meine Verantwortung, das ist das Verbrechen, was ich begangen habe, auch wenn es nicht laut Strafgesetzbuch ein Verbrechen ist, aber das ist eben der Schaden, den ich den Menschen, die eben von diesen Worten vergiftet, auf einen falschen Weg geführt oder bestärkt worden sind auf diesem Weg, wegen mir dann mitunter beschritten haben und deswegen bin ich ja auch in der Prävention aktiv. Im November 2011 werden die furchtbaren Taten des NSU bekannt, der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund. Sie ist verantwortlich für zehn Morde, darüber hinaus für Mordversuche, Überfälle und Anschläge, darunter der Anschlag in der Kölner Probstallgasse und der Nagelbombenanschlag in der Keubstraße. Was haben Sie damals gedacht, als das Ausmaß dieser Terrorserie bekannt wurde? Im Zusammenhang mit dem linksextremen Terror der RF hat man ja nach der Ermordung des Generalbundesanwalts Buback 1977 heftig über den Begriff der klammheimlichen Freude bei manchen Sympathisanten debattiert. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie vielleicht anerkennend gedacht, die haben das zu Ende geführt, was ich mich nicht getraut habe? Überhaupt nicht. Also ich bin damals auch schon als Neonazi aufgetreten und habe gesagt, das sind Kriminelle und tatsächlich für uns, für uns als politisch aktive Neonazis, war das eine Forz-Fleck-Organisation. Das war eine Sache, eine Forz-Fleck, also falsche Fahne ist so ein Begriff, den auch Verschwörungstheoretiker gerne verwenden, dass wir gesagt haben, das hat der Staat auch inszeniert, um uns politisch auszuhebeln. Weil auch ganz praktisch von Leuten, die gewaltaffin waren, selbst die haben gesagt, naja, was hat das jetzt gebracht, irgendeinen armen türkischen Gemüsehändler umzubringen? Warum haben die keine Richter, keine Politiker, keine Staatsanwälte, nicht den Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in die Luft gejagt? Das hätten wir irgendwo noch verstehen können. Das wäre in unserem Sinne gewesen, als Extremisten, die diese Menschen hassen und am liebsten tot sehen wollen. Für mich war Terrorismus nie eine Option. Ich habe immer gesagt, das nützt nur dem System, uns besser zu bekämpfen. Es verschreckt auch die Menschen, die vielleicht aufgrund unserer Propaganda mit uns sympathisieren. Weil das will keiner. Das ist keinem zu vermitteln. Und es hat ja auch überhaupt gar keinen Effekt. Also auch heute würde ich mich fragen, was war der Effekt, da wirklich so arme Menschen umzubringen, die ja tatsächlich in Deutschland noch gut integriert waren, die Gelder verdient haben, Steuern gezahlt haben, die hier Geschäfte hatten. Also auch heute kann ich nicht sagen, was da der politische Ideenursprung gewesen sein soll, als NSU-Untergrund, nationalistische Untergrund, diese Menschen da aus Korn zu nehmen. Wenn man die Stationen ihrer Biografie nachvollzieht, kann man etwas lernen darüber, wie sich das Auftreten von Rechtsextremisten verändert hat. Sie waren am Anfang in der Kameradschaft Walter Spangenberg aktiv. Da wurde ein Erscheinungsbild gepflegt, das an das Auftreten der SA erinnerte. Das änderte sich dann nach und nach. Sie sind beteiligt an Überlegungen, an Planungen, wie man durch ein anderes Auftreten neue Zielgruppen erreichen könnte. Sie wollten zum Beispiel Kontakt zu anderen Formen der Jugendkultur knöpfen. Im Ergebnis, das kann man heute sagen, hat sich die Szene deutlich verändert. Namen, Symbole und Organisationsformen sind andere geworden. Das führt dazu, dass man Rechtsextremisten heute nicht mehr so leicht erkennen kann. Was muss man denn wissen über die heutige Neonazi-Szene? Wie groß ist sie? Wie gefährlich ist sie? Gibt es sie überhaupt noch? Also die klassische Neonazi-Szene, aus der ich komme, die gibt es noch. Die ist mittlerweile wieder organisiert in Parteien. Das sind Parteien wie die Rechte, der Dritte Weg oder die NPD, die sich jetzt in einem verzweifelten Versuch, Mimikrie zu betreiben, in die Heimat umbenannt hat. Das sind die klassischen Neonazi-Parteien. Aber die Szene ist halt sehr marginalisiert und sehr isoliert, weil sie es nicht geschafft hat, Anschluss zu finden an erfolgreichere Formen von Rechtsextremismus. Und da muss ich halt immer zu sagen, das erkläre ich auch immer den Schülern, mit denen ich zu tun habe, jeder Neonazi ist ein Rechtsextremist, aber nicht jeder Rechtsextremist ein Neonazi. Wir haben heute eine viel effektivere, leider viel effektivere Bewegung von Rechtsextremisten, die viel anschlussfähiger an die Mitte der Gesellschaft ist, die eingebettet ist in parlamentarische Arbeiten, die eingebettet ist in Vorfeldorganisationen wie das Zentrum Automobil oder 1%, um mal zwei als Beispiel zu nennen, wo ganz andere Kreise und Teile der Bevölkerung angesprochen werden können, als von diesen klassischen Neonazi-Strukturen, die halt immer noch sehr ewig gestrig sind, sehr fanatisch sind und mit den alten Aufmärschen auch niemanden mehr hervorlocken können. Das war damals halt eine Erlebniswelt, die einzigartig war in den 90ern und Anfang 2000, die sich dann abgenutzt hat und die sich dann auch einfach als zum Glück ineffektiv herausgestellt hat. Die heutige Radikalisierung findet auch nicht mehr an den Rändern der Gesellschaft statt, sondern in der Mitte, gerade auch durch die AfD, die hier Tür und Tor öffnet für sogenannte alternative Medien, die da mit Desinformationskampagnen, mit Hetze und ja wirklich einfach auf Falschdarstellungen arbeitet, um Menschen zu emotionalisieren. Es geht nicht darum, zu informieren, sondern zu instruieren. Es geht nicht um Teilhabe im Diskurs, es geht um Deutungshoheit durch Vernichtung aller anderen, durch die totale radikale Ablehnung der Blockparteien, der Altparteien, der Systemmedien und was es da alles für Kampfbegriffe gibt, die wir damals schon in unserer Propaganda bemüht haben, nur zum Glück nicht so erfolgreich, wie es jetzt durch die AfD, durch die neue Rechte und durch Mischformen, die entstehen, geschieht. Ja, wir haben ja gerade in der Pandemie gesehen, dass die Querdenkerbewegung sich ja eben nicht nur aus klassischen Rechtsextremen zusammengesetzt hat, die liefen da mit ihren Reichsfahren auch mit, sondern da kamen plötzlich Leute, die man niemals in diese Ecke irgendwie verortet hätte und mit denselben Parolen und denselben Leuten dann Schulter an Schulter marschiert sind, um sehr gefährliche Gedankengänge unter falschen Narrativen in die Welt hinaus zu posauen. Was hätte der Axel Reitz von früher über die Lage heute gedacht? Hätte er sich gefreut? Ich hätte mich gefreut. Also als Neonazi hätte ich gesagt, das sind wunderbare Voraussetzungen. Wir haben ja eine große Problematik vor uns und die etablierte Politik gibt darauf nicht die Visionen und die überzeugenden Antworten, die die Menschen mitnehmen, sondern im Gegenteil zu einer allgemeinen Unzufriedenheit führen. Und mein Credo war ja immer, wo diese Unzufriedenheit ist, muss ich sie anstacheln, muss ich zu einem revolutionären Willen entfachen, dass sie dann in Systemgegnerschaft überschwappt und die Leute dann gemeinsam gegen das System marschieren. Und in Ansätzen haben wir das leider erleben müssen. Mit den Corona-Protesten haben wir das erleben müssen, mit den AfD-Veranstaltungen, die stattgefunden haben. Da gibt es die Systemgegnerschaft schon. Da gibt es die Systemgegnerschaft, die auch mittlerweile repräsentativ für die Gesamtpartei ist. Also selbst ein als vermeintlich liberal geltender Landesverband wie NRW hat ein Matthias Helferich als Spitzenfunktionär, der sich selber das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus nennt oder der demokratische Roland Freisler. Also da sieht man schon, wohin die Reise geht mit der Gesamtpartei. Das ist nicht mehr von der NPD, die ich noch kenne, aus dem Jahre 2011, 2012 zu unterscheiden, was unter dieser Partei mittlerweile verbreitet und propagiert wird. Das muss man auch ganz klar sagen. Sie wollten selbst in die AfD eintreten. 2013. Also 2013, muss man dazu sagen, war ich ja gerade mal ein Jahr ausgestiegen, war gerade dabei herauszufinden, wer bist du und was willst du und habe da schon erkannt, okay, der Extremismus, den du vertreten hast, der war falsch, der war fatal und wollte da, so in meiner damals naiven Vorstellung, dann gerne eine Partei unterstützen, wo ich sagte, okay, die könnte vielleicht so ein demokratisches Auffangbecken werden, so eine Brandmauer, dass Leute dahin kommen, die konservativ sind, die rechtsdemokratisch sind, die aber nicht in den Extremismus, nicht in den Rassismus, nicht in die Systemgegnerschaft wollen. Ich bin da natürlich nicht aufgenommen worden, war auch dann ganz froh darüber. Die wollten sie nicht. Ja, die wollten mich nicht. Ist das im Rückblick ein Glücksfall? Das ist ein absoluter Glücksfall, weil ich war damals ja noch nicht gefestigt, so wie ich es heute bin, ich habe ja damals noch nicht voll umfassend verstanden, was für Tendenzen und was für Probleme ich hatte, die mich in Extremismus getrieben haben und die Partei hat sich ja dann über die Jahre hinweg massiv radikalisiert, ist ja in dieselben Fallen getappt, wie ich als junger Mensch schon getappt bin und ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn die mich mit offenen Armen empfangen hätten und gesagt hätten, oh Mensch, super, du kannst ja mitmachen. Also es könnte durchaus sein, dass ich dann heute auch wieder völlig radikalisiert und aus der Bahn wäre und mich dann trotzdem auf der vermeintlich richtigen Spur wählen würde, indem ich dann einfach nur gesagt hätte, ja, du bist ja kein Nazi mehr, wenn du kein Nazi bist, Problem erledigt. Und deswegen sagte ich ja, es reicht nicht, die Ideologie abzulegen, sondern man muss die Eigenverantwortung übernehmen, man muss erkennen, was hat mich überhaupt da reingebracht. Man muss sagen, zu dem Zeitpunkt, wo Sie über die AfD-Mitgliedschaft nachdenken, läuft immer noch der Prozess in Koblenz, mit dem wir diese Folge von True Crime Köln begonnen haben. Ihr Weg aus der Szene hat bereits vor der erneuten Verhaftung begonnen, so schreiben Sie es in Ihrem Buch. Diese Verhaftung im Jahr 2012 kommt für Sie überraschend. Der Vorwurf lautet Unterstützung einer kriminellen Vereinigung und diese kriminelle Vereinigung soll das sogenannte Aktionsbüro Mittelrhein gewesen sein. Zentrale der Gruppe war das sogenannte Braune Haus in Ahrweiler. Und Sie sollen ein Berater des Kopfes dieses Aktionsbüros gewesen sein. Es beginnt in Koblenz ein Mammutprozess. Ich habe es ja am Anfang gesagt, es war kein Ruhmesblatt für die Justiz. Für Sie war die Situation eine ganz besondere. Sie sind dabei, auszusteigen. Sie verlassen die Szene und das ist dann in der Szene auch kein Geheimnis. Und um Sie herum sitzen auf der Anklagebank die alten Weggefährten. Und das dauert jahrelang und Sie müssen Woche für Woche hin. Naja, also ich war ja auf dem Präsentierteller. Ich war ja dann nicht mehr der Hitler von Köln für meine Kameraden, sondern der Judas von Köln. Das ist mein neuer Name, der auch heute noch gern verwendet wird. Und das ging dann also von Pöbeleien, von Tritten gegen den Stuhl, von Zischereien aus dem Zuschauerraum, die teilweise mit Geldstrafen geahndet werden mussten, damit sie aufhören. Also bis hin auch zu körperlichen Bedrohungsszenarien auf dem Weg zum Prozess. Da war also alles schon dabei. Und das war natürlich auf der einen Seite sehr, sehr schwer. Man wurde ja immer auch dann wieder in diese Zeit zurückgeworfen, von der man sich jetzt zum Emanzipieren begann. Ja, und hat natürlich dann auch ja eine ungeheure Stresssituation gehabt. Ich muss dazu sagen, die Angeklagten waren zum Teil sehr gefährliche Leute darunter. In dem Augenblick, wo mir so ein riesen Fadenkreuz auf die Stirn gemalt wurde und ich dann der große Verräter war und der große Umfaller und der Judas von Köln, war natürlich nochmal was anderes, als wenn ich einfach gesagt hätte, ach hier, ich habe keine Lust mehr mitzumachen und ich halte jetzt die Klappe und gut ist. Ich war jemand, der aktiv mit den Behörden zusammengearbeitet hat, der sich aktiv öffentlich distanziert hat und sagte, hier Leute, kein Bock mehr, nicht mit euch und das ist es alles nicht. Und das hat natürlich dann ja, nicht nur alte Feindschaften ganz besonders nochmal reaktiviert, sondern auch meine alten Freunde und Kameraden in dieser Szene, Freunde ist das falsche Wort, weil Freundschaften gibt es da nicht, aber meine alten Kameraden natürlich dann auch dazu genötigt, sich umso härter von mir zu distanzieren, um nicht selber mit Leidenschaft gezogen zu werden, dass man sagt so, wie, der Reiz, mit dem warst du mal eng, bei dir müssen wir jetzt aber auch aufpassen, dass du, und da haben die natürlich umso radikaler versucht, dann auch Kübel von Dreck über mich auszugießen, war rückblickend ein Glücksfall, das hat es mir auch sehr einfach gemacht, dieser Zeit überhaupt nicht nachzutrauern. Ich habe dann einen sehr radikalen Cut gemacht, ich habe niemanden mehr angerufen, mich mit niemandem mehr getroffen, außer meinem damals, wie ich dachte, besten Freund in der Szene, der auch mein Stellvertreter war. Wie sich herausstellte, war der V-Mann, der auf mich angesetzt war, das war auch nochmal, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt so der letzte Beweis, da gibt es keine echte Freundschaft und das hat es mir dann auch sehr leicht gemacht, mir ein neues soziales Umfeld aufzubauen, und auch ein neues Leben aufzubauen, ohne irgendwie so Gedanken zu haben, ach Mensch, waren ja auch schöne Zeiten, weil ich heute einfach weiß, das war alles falscher Schein und da war nichts echt. Wie ging der Prozess aus für Sie? Das müssen wir noch nachtragen. Mein Verfahren wurde dann eingestellt, gab plötzlich kein öffentliches Interesse mehr an einer Verfolgung und die Kosten wurden vom Staat übernommen und dann durfte ich nach einigen Jahren, die ich da drei Tage in der Woche auf der Anklagebank verbracht habe, dann endlich von dannen ziehen. Jetzt wollen wir zum Abschluss vielleicht nochmal kurz sprechen, wie erfolgreich Aussteigerprogramme sein können. Da gibt es Geld, da gibt es Steuergeld, da gibt es staatliches Geld und immer wieder die Frage, was bringt das überhaupt? Sagen Sie doch mal, brauchen wir diese Programme, was hat das Ihnen gebracht und was sind die Faktoren, die so ein Programm erfolgreich machen am Ende? Ich kann ganz offen sagen, ohne dieses Programm und ohne die Hilfe, die ich bekommen habe, würde ich jetzt nicht hier sitzen. Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt bei der AfD oder wäre irgendwo in einem anderen Extremismus gelandet, weil erst die Hilfe von Fachleuten einem Verstehen hilft, was man für eine Eigenverantwortung hat, was Extremismus ist, wie er funktioniert, dass man selber nicht normal ist und nicht die anderen das Problem sind, sondern dass man selber sich auch Probleme schafft. Also wenn gekürzt werden sollte, auf gar keinen Fall bei solchen Programmen, weil sie tatsächlich der perfekte Ansprechpartner für Menschen sind, die aus dieser Szene raus wollen, die Hilfe brauchen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass es da einen sicheren Hafen gibt, wo Menschen mit einem großen Verständnis und vor allem auch Zeit, Vertrauensarbeit leisten können, nicht primär für sich, sondern für den Staat, für die Demokratie, für das verhasste System. Und jemand, der den ersten Schritt schon macht, sich in so ein Aussteigerprogramm zu begeben, der leistet schon einiges aus der Perspektive eines Extremisten. Das ist auch nicht so einfach zu sagen, so, ach, ich bin jetzt mal im Aussteigerprogramm. Das sind schon innere Kämpfe, die da stattfinden, dass man sich plötzlich in die Hand von Feinden begibt, die man ja vorher auch verunglimpft hat, denen man auch nicht trauen will. Und da ist es ganz, ganz toll und ganz, ganz bedeutend, dass da der Staat zeigt, nee, wir lassen euch nicht im Stich und gerade die Systemgegner, um die bemühen wir uns ganz besonders, damit sie nicht verloren gehen für unsere Demokratie und unsere Gesellschaft. Ein bisschen Optimismus zum Abschluss dieser Folge von True Crime Köln. Herzlichen Dank für den Besuch im Podcast-Studio des Kölner Stadtanzeiger Axel Reitz. Das Buch von Axel Reitz heißt Ich war der Hitler von Köln und es hat einen langen, aber den Inhalt ganz gut beschreibenden Untertitel Mein Weg aus der Neonazi-Szene und wie Extremismus effektiv bekämpft werden kann. Ein Aussteigerbericht. Erschienen im Finanzbuchverlag. Dank auch an Laura Ostender und Christian Mack, die als Sprecherin und Sprecher mitgemacht haben. Das war eine etwas andere Folge von True Crime Köln. Heute haben wir mal keinen einzelnen Fallen nacherzählt. Das machen wir dann in der nächsten Folge wieder in gewohnter Weise. Dann werfen wir einen Blick auf einen der spektakulärsten Prozesse des Jahres 2023. Ein Mann soll zwei Frauen mit Rattengift getötet und das Gleiche bei seiner Partnerin versucht haben. Das Besondere an dem Fall und dem Prozess, der Mann hat bis zuletzt seine Unschuld beteuert. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö. True Crime Köln mit Helmut Frangenberg Alle zwei Wochen eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de sind Sie,